Unser Körper ist ein komplexes System aus Organen, Muskeln und Knochen. Scheinbar kleine Beschwerden können große Auswirkungen auf die gesamte Gesundheit haben. Um dem vorzubeugen, gibt es die Hilfsmittelversorgung der DRK Gesundheit. Klaras Arzt hat eine Fehlstellung ihrer Füße festgestellt. Das hört sich harmlos an, kann aber zu schmerzhaften Folgen führen. Individuelle Einlagen helfen die Fehlstellung zu korrigieren. Vom Arzt bekommt sie deshalb ein Rezept. Die sogenannte Hilfsmittelverordnung. Hilfsmittelverordnung, so ein schwieriges Wort. Klarer schwirrt der Kopf, doch Papa Daniel weiß sofort, was zu tun ist. Mit dem Hilfsmittel A bis Z der DRK Gesundheit behältst du den Überblick, auch wenn du unterwegs bist. Unter E wie Einlagen findet Daniel nicht nur hilfreiche Informationen, sondern er kann auch den Hilfsmittelantrag bequem online ausfüllen. An den Antrag hängt er auch ein Foto von Klaras Rezept und schickt beides direkt zur DRK Gesundheit. Daniels digitaler Hilfsmittelantrag wird dann von einem Kundenberater der DRK Gesundheit geprüft und nach der Genehmigung sofort an einen passenden Vertragspartner in der Nähe der Kramers weitergeleitet. Natürlich kannst du auch wie bisher mit deinem Rezept direkt zum Vertragspartner deiner Wahl gehen. Dabei hilft dir der Hilfsmittellotse, der DRK Gesundheit. Daniel ist froh, als er nur zwei Stunden nach dem Arztbesuch vom Sanitätshaus um die Ecke angerufen wird. Denn er hätte nicht gewusst, wo sich der nächste Vertragspartner befindet. Im Sanitätshaus berät ein Orthopädie-Techniker Daniel und Klara, welche Einlagen für sie die richtigen sind. Anschließend wird ein Abdruck von Klaras Füßen gemacht. Der Abdruck garantiert den perfekten Sitz der Einlagen und so die Korrektur der Fehlstellung ihrer Füße. Weil Einlagen sich abnutzen und Klara noch wächst, hat sie Anspruch auf ein paar Einlagen pro Jahr. Da Klara noch unter 18 Jahren ist, fällt für sie auch keine Zuzahlung an. Das gilt für Einlagen, Rollstühle, Hörgeräte und jedes andere Hilfsmittel. Schnell, bequem und individuell. Die exklusive Hilfsmittelversorgung der DRK Gesundheit.